Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Doom Teil auf meinem Kanal. Eine kurze Beichte, ich muss das Level jetzt ein zweites Mal spielen, da ich beim ersten Mal Probleme mit dem Sound hatte. Ich hoffe es ist nicht weiter schlimm, sonst müssen wir auf dieses Level hier verzichten. Da haben wir die Schrotfilter dazu. Da haben wir mal einen mit der Explosion verpacken. Ebenso. Vielleicht eine Bobberschelle für dich mein Freund. Da haben wir ja Urla zu messen. Jetzt reißen wir alle aus. So. So. Die Schneider. Jetzt schon. Kann er jetzt mal sterben? Jetzt. Dämonische Bedrohung. Dämonische Bedrohung. 25 Prozent. So. Was ist das hier? Bäm. Ähm. Wollen wir mal die so lange raus hier? Wie lange reicht die dicke? Dämonische Bedrohung. Dämonische Bedrohung. Oh no. Oh no. So. Meiner hat am Leben. So. Da laden noch irgendetwas. Munition und Rüstung. Munition immer gut. Wo kommen wir denn hier hoch? Das ist nämlich eine Etage höher. So ehrlich weiß. War doch da hinten. Nehmen wir noch das Amor mit. Amor um genau zu sein. Wollen wir mal weiter gehen? Ja. Mal Plasmagewehr zur Hand hier. Ich verstecke mein Freund. Kommt da jetzt ein Dicker rein. Okay. Rüstung mit. Munition. Wollen wir noch ein bisschen Rüstung. Sie sind sogar voll. Und weiter geht's hier. Okay. Karte Gelb muss also irgendwo sein. Ich denke, das war jetzt noch. Ich denke, das war jetzt noch. Okay. Ich denke, das war jetzt noch nicht. Ich denke, das war hier. Nun. Wir müssen noch mal ein persönliches aus. Ich habe jetzt die Schlüssel. Ich bin das. Ich bin das. Du sag, das war jetzt. Ich bin. Ich bin das. Eine Frau. AWSмотр. Das war irgendwas. Ich bin das. Dene. Ich bin das. Ich bin der Nege. Die Frau. Das war jetzt mal. Was heißt das. Achtung, die Kerntemperatur steigt. Zugang verweigelt. He, ich glaube wir brauchen seinen Arm. Was soll das von der anderen Seite verstehen? Ein bisschen Jump'n'Run hier. Schauen wir hier schon mal den Arm. Danke Camerado. Ich kriegst erstmal Knie in die Schnauze. Legen wir mal den Unterarm. Herzchen raus. Schauen wir mal was hier so passieren. Also wenn wir den 2 haben. Ja. Dann geht's rein. Schauen wir mal. Ozan. Wacken. 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 Die gehen wir auch einfach mal in eine Barborios Stelle. Dämonische Bedrohung reduziert um 50% Jetzt brauchen wir noch die Kippe mit meinen Draufnerfreund. Jetzt ist auf jeden Fall was drin. Oh. Jetzt zeigen wir mal, ob die Kettensägel so herkommt oder? Boom Junge mit der Explosiven Schrot ins Gesicht rein, Motherfucker. Oh, die gelbe Karte. So. Was hier? Nicht. Oh. 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 Oh, kommst du genau richtig, mein Freund. Oh nein. Das ist natürlich Mist, hab gedacht, schön, die Ketten sägen nochmal raus. Ein bisschen zeigen, was man, ich verstehe, ein bisschen zeigen, was man hat. Ich hab jetzt die Karte geholt. Bedrohung reduziert um 50 Prozent. Achso, jetzt gehen wir wieder weg. Oh, jetzt auch mein Freund. Oh, gelbes Ding, wo ist das? Ach, der hat mich vor oben, ne? Genau. Oh, genau. Hunger! Don't fuck with us, man. Monition. Denken Sie da, der Finger hat beobachtet sich. Ich bin der Finger. Ah. Das war's für heute. Was ist das hier? Direkt hinter mir ist irgendwas. Ach da! Oh yeah! Oh, es sind die anderen. Ah, kommen wir gleich noch hin, oder? Gucken wir gleich mal. Das nehme ich dann direkt mit. Aber was wir hinnehmen sind ja rechts. Da oben ist, was ist das? Auto mehr. Oh, mal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. so sind wir jetzt hier in hoch und links hoch nicht so laut mein Freund dämonische Bedrohung reduziert um 75% saue Karte saubär warte ich spring jetzt da runter und da runter wo komme ich denn da wo bin ich jetzt hinter mir runter mir Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Mann! Was ist denn hier? Ne, warte. So, ich habe die Hose gewesen. Okay, da ist dann das Netz. Was ist da oben? Achso, orange ist das, was ich schon habe. Okay. Da ist noch Rüstung. Da ist nichts. Das Einzige, was uns da noch fehlt, wäre die Elite-Wache. So, gucken wir mal an den Kopf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, ich wollte mir abbogen gleich gemacht. Dämonenpräsenz auf minimal reduziert. Ablegelung aufgehoben. Jessica ist der Personalabteilung. Die Haubtüren jetzt offen. Aber den steht auch fertig. Achtung, Kerntemperatur überschleigt kritische Grenzen. Bumm, schön mit der Faust. Wir hören hier ein paar Dinger in die Schnauze rein. Was machst du denn hier unten? Was machst du denn da unten? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Boah, da lebt er mal. Ich hab's nicht mehr gesehen, Dinger. Ich werde schon offen mit dem Papa. παahper dynamic Benimensgericht beschبح Zeit partie. Wir versuchen wieder zu einem Motor BIP vom alto also. ork fellow wir die olive dir BDM nicht uważuer nossas, Umdream. H исhten wir die Z-DM nicht mehr. Wir schauen über die 바라. Das gibt eine Runden supported. Für zwei Leute, neue Ris успmie. Wir denken, mode auf die Rundenchemie im Boom! Boom! Digga! Oh, das ist ein Dickdampf! Oh, mein Gott, mein Gott! Oh! Oh, mein Gott! Daaaammnnn Die Kärntemperatur ist jetzt stabil. Ah, was geht ab? Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Guck mal, ob das die gute Olivia war. Olivia Newton-John, oder wer? Warfix für uns? Oh, das ist sie. Olivia Pierce, Alpha 4-0-2. Ja, zwei. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Abend. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Wir sind doch der Doomerin. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Duro da was? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. So meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnert, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!